ein weg nach draußen geht's dooflash die kette ja mir kommt hier lass die kette runter mach ich er braucht aber lang die kette klar du denkst zu viel nach junge lass es gut sein er hätte dich getötet ich weiß ich musste es tun das weiß ich es ist nur dann gehen wir nach hause junge was einfach aufzugeben so kurz nach dem start moment nein ich gebe nicht auf ich schaffe das ich muss nur erst mal naja durchatmen na los komm ich bin bereit ja da kommt nur die kler her ok hör mir zu um ein guter kämpfer zu sein darf man kein mitleid mit seinem gegner haben der weg vor uns ist lang und unerbittlich kein ort für einen jungen du musst ein krieger sein ich verstehe das geräusch gefällt mir nicht extra noch mal umgeschaut aber ich hab nichts gesehen ich bin voll live ich werde deinen drin verpassen wenn du dich dich bewegt komm schon hörner's hoh du nah Komm endlich! Mach schon! Worauf wartest du? Jetzt komm schon! Auf geht's! Dieses verdammte Drecksvier will einfach nicht über die Brücke laufen. Hm. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Vater! Wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Du hattest recht. Nee! Du musst schlau sein oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder? Hm, 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 hm. Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiße. Also hab ich's auch nicht. Und du? Brock. Verlager. Sag mal, du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerken, außer uns beiden. Ja! Du musst sie gut behandeln. Sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Oh, das wär gut. Also, was sagst du? Ah! Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form meiner Gabel unter dem Griff. Ah, digrbikia, dombr, bagrau. Das war das Zeichen von meinem Bruder und wir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da! Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Hm, hm, hm. Na schön. Dann verbessere sie eben. Interessant, McGee, eine Upgrade! Du hast die andere Hälfte des Zeichens. Ach, die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Dann wollen wir dich mal versorgen. Willkommen in einem Zwergenladen. Sie hier können sie ihre Ausrüttung verbessern. Ist doch schön. Frostflamme, so her ist also unsere Axt. Mhm, 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 mhm. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist Qualitätsmaterial. Bei dem verschleißigt es aber vielleicht einen Tag. Das ist ein gewinnendes Lächeln die beste Rüstung. Aber wozu Risiken eingehen? Schick. Das ist schon schick. Dreh aus. So kleine dürfen wir noch. Ich hoffe du bist zufrieden. Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Na los, schleudere deine Axt. Ist der Hintergrund Platz für mich? Solange du nichts gar nicht machst. Siehst du, siehst du was ich vollbracht habe? Aniva. Aniva. Aniva ist deine Beiderarbeit. Siehst du die Reise getreten? Anzute. Siehst du, siehst du das anitzer Management 1x? Siehst du, listeners nicht mehr Frauen für die Jaume als um Musik zu machen. Siehst du viel Geld für sie für sie, als wir Sie und Sie können mit Kilo Tuober mir tut. Siehst du hier nicht darauf Schick. Siehst du das? Das war's für heute. Das war's für heute. Wo geht's denn hier hin? Wo kann man noch mal runter? Aber warum sollte man noch mal runter? Du hast mich alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du. Bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Das ist gut. Wie das immer so bestrafungsmäßig klingt. Männer sind mir gehen heim. Angst. Warum kriege ich hier Wut? Oh warte. Wir sind wieder hier. Aber warum? Dann kommt Kleiner mit Kenner wieder zurück. Dann gehen wir eben einfach wieder zurück. Das war dann wohl nur für diese Kiste. Ist doch kein Problem. Achso. Komm. Ich bin nicht getroffen zu haben, Brock. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie wunderbarer Spack fällen. Hey, wunderbarer Spack. Und hier. Wir bleiben hier. Was ist das? Ah, okay. War auch mal nicht. Hier lang. Ich glaube, hier kommen wir durch. Hier lang. Sieht ja ein lang. Oh. Ich habe die Tür zugemacht. Um an diese Truhe zu kommen. Wie es sich herausstellt. Warte da. Mama, gar keine Faxe hier. Ich glaube, man gleich kaputt. Warte da. Wer ist hinüber? Sie kommt wieder nach unten! Haha, ja! Knifflig. Kniffliges Ding. Knifflig, knifflig, knifflig. Oh! Sie kommt wieder nach unten! Oh! 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 Sie sinkt wieder runter! Nein, tut sie nicht, Kleiner. Oh! 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 Oh, oh! 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 Was ist das? Das ist der zweite Apfel Oh nein, das ist was Neues Horn mit Blut Meht Okay Und dafür müssen wir A3 finden Was erhöht Der Rage Modus, wuhu Oh, sieht sogar cool aus, das Ding Da Da hat auch Runen drin Oder Siegel oder was auch immer drin war Gehen wir mal hier lang Küste Können wir runter, da sind wir wieder da unten Müssen wir aber nicht hier Ja, müssen wir ja bewusst Wow Wow So nah bin ich dem Berg noch nie gekommen Er ist so groß Wenn Mutter das sehen könnte Ist echt schön gemachtes Spiel Das sieht echt gut aus Gefühle werden akku drüber gebrungen Oh, es schneit So Ich würde hier jetzt gerne ein bisschen weiter zocken Aber Wie gesagt Das war für euch so ein angezockt Und für euch ist jetzt hier an dieser Stelle Schluss Lässt es mich in die Kommentare wissen Ob ich weiter zocken soll Oder ob Schluss sind soll Das merke ich dann Je nachdem Wie das Feedback von euch ist Ähm Und sonst so war es Das ist jetzt erstmal von Kratos Von meiner Seite her Ähm Ich war die Kommentare ab Und dann geht es weiter Oder eben nicht Und dann suche ich mal ein neues Game raus Euer Imperator Haut rein Möge die Macht mit euch sein Bis zum nächsten Mal Tschü 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 Bis zum nächsten Mal.